hallo ihr lieben hallo willkommen würfel und zucker wir zeigen euch heute man at work das ist ein wunderbares geschicklichkeitsspiel mit ja ich finde dass das hat so ein total schönen ansatz irgendwie weil du so ein bisschen vorgaben kriegst was sind ungewöhnlich unterschiedliche dinge die man stapelt das auch das finde ich so schön genau das ist ja wir sind auf einer baustelle und fun fact ganz am anfang als rita mode das spiel entwickelt hat was mein seiltänzerspiel das kann ich mir gut vorstellen dann ist das mit dem stapeln thematisch merkwürdig gewesen ja vielleicht ist es auch deswegen jetzt anders auf jeden fall sind wir jetzt auf einer baustelle und wie es auf einer baustelle so üblich ist sind da schallträger klar kennt man und wir haben außerdem mehr stahlträger aber wir haben auch bauarbeiter so sehen sie aus das sind so kleine figürchen mit helm aufbau arbeiter und dann haben wir balken und wir haben ziegelsteine und wir haben noch mehr schallträger und wir haben ein paar stützen und das sind noch so ein bisschen spülmaterial aber ich finde das zum beispiel schon mal echt schön genau kannst du direkt aus der packung sozusagen los spielen ja los spielen was bedeutet das also wir haben jeder drei sicherheitszertifikate und solange wir an dieser baustelle nichts runterreißen bleibt es auch so aber wenn du quatsch machst und diese baustelle zum teil zum einsturz bringt dann verlierst du ein sicherheitszertifikat ja immer jedes mal wenn das passiert verlierst du ein sicherheitszertifikat es wird nämlich gebaut dass ich hoffentlich nicht die balken bieten und entweder macht man so viel miss dass man am ende keine sicherheitszertifikate hat dann ist man ausgeschieden oder man sammelt bauarbeiter des monatstickets und wer davon zuerst drei hat gewinnt das spiel genau die bauarbeiter des monatstickets erklären wir gleich noch wann die zum tragen kommen aber wir können ja erstmal zeigen wie das so aussehen würde wenn man das spielt genau wenn wir einen kartenstapel und das alle mit möglichen karten die sehen auch unterschiedlich aus das ist absicht denn wer dran ist deckt die oberste karte auf und legt sie neben den stapel und dann ist sowohl diese karte wichtig als auch das was auf dem stapel abgebildet ist ich habe hier einen helm das heißt ich muss diese helm regel beachten und ich muss jetzt einen arbeiter mit zwei backsteinen steht hier muss ich ihn ins spiel bringen mit zwei backsteinen heißt ich muss ihn erst ins spiel bringen danach die backsteine auf ihn balancieren es gibt auch schwierigere aufgaben da steht dann trägt zwei backsteine dann müsste ich erst die backsteine irgendwie auf ihm platzieren und ihn dann ins spiel bringen das habe ich jetzt zum glück nicht und ich darf ihn theoretisch dahin bauen wo ich möchte aber ach so genau aber zum einen muss müssen sie immer auf stahlträger und die karte gibt auch vor welche farbe ich jetzt bauen muss ich nehme mal den weißen ich nehme orange da ist ja nicht so schief so das sieht doch schon mal gut aus ja das ist schon so eine art seiltänzer muss man schon sagen ja so und ich nehme jetzt die nächste karte und da ist ein stahlträger abgebildet das heißt ich muss jetzt einen stahlträger verbauen und zwar muss ich einen schwarzen oder einen orangenen stahlträger verbauen und zwar wo berühre eingebaute stütze ja das wird schwierig das hier sind nämlich die stützen und ja dann hau mal rein genau also ich muss einen orangenen oder einen schwarzen ich nehme einen schwarzen und ich muss eine bereits eingebaute stütze berühren und würde ihn entsprechen das war ja ja genau grundsätzlich gilt halt nichts darf den tisch berühren auch nicht diese stahlträger nur die stützen dürfen den tisch berühren sollte etwas irgendwie verrutschen dass es dann den tisch berührt darf es aber erst mal stehen bleiben wir haben übrigens am anfang auch den leichtesten aufbau gewählt das heißt wir haben drei stützen und also es gibt immer drei stützen am anfang aber theoretisch könnte man auch am anfang schon die stützen hochkant stellen und den anfangs aufbau schon deutlich erschweren so hast du schon wieder mit backsteinen aber auch das ist schon wenn das unten nicht dann hast du es dann liegt es unten so jetzt liegt jetzt unten also mirko hat so ein bisschen die baustelle verunreinigt und ist jetzt sehr nervös also zum einen verliert er natürlich ein sicherheitszertifikat weil ihm ein backstein in die baustelle reingefallen ist und zum anderen ist er zu nervös um diese baustelle aufzuräumen und deswegen bin ich jetzt dran diese baustelle auszuräumen und ich muss jetzt nämlich diese baustelle wieder aufräumen und benutze kann dafür diesen haken benutzen und kann halt diesen backstein dann hier rausholen so wenn mir jetzt beim aufräumen auch etwas runter fallen würde weil ich mit diesem haken nicht so richtig umgehe oder manchmal fallen ja auch größere sachen da muss halt zusehen wie die da raus ziehst und so wenn mir beim aufräumen auch was runter fällt dann verliere ich auch ein sicherheitszertifikat dann ist der nächste dran mit aufräumen ja sicherheit wird groß geschrieben auf der baustelle und auch das muss man vernünftig machen genau so würde das jetzt eine ganze zeit lang weitergehen bis entweder einer kein sicherheitszertifikat mehr hat oder einer dreimal baustelle hier bauarbeiter des monats geworden ist wie wird man das irgendwann im laufe dieses stapels das wird zufällig reingemischt erscheint rita rita ist einfach auch eine weitere karte und wenn man die aufdeckt dann ist sie anwesend auf der baustelle und sie bleibt auch anwesend auf der baustelle sie wird also einfach zur seite gelegt und guckt halt die ganze zeit uns beim bauen das ist die vorarbeiterin die kontrolliert dass wir alles richtig machen genau und die vergibt auch das zertifikat bauarbeiter des monats wenn ich dran bin und das neue teil dass ich ins spiel gebracht habe das höchste des ganzen der ganzen baustelle ist dann bekomme ich ein marker das ist gar nicht immer so einfach also jetzt wäre es noch einfach wenn es nämlich gut mänchen ja war einen balken ins spiel bringen dass der höher ist als eine figur wäre zum beispiel ist oft schwierig das stimmt schon jetzt muss ich einen bauarbeiter ne du musst einen backstein transportieren ein backstein transportieren auf einem balken das heißt also transportieren ich muss erst darauf packen ja das ist ja noch alles ganz easy ich darf jetzt einen bauarbeiter hätten gucken müssen ob das höher ist dafür hat das hier auch so ein hübsches zentimeter maß aber der bauarbeiter hinten ist immer noch die höchste figur im spiel ich darf jetzt aber ein bauarbeiter hinstellen und zwar auf lila oder orange und zwar eine kante das bedeutet dass der ganz an am ende einer kante stehen muss und dafür haben die sogar einen fuß schon vorgestreckt der eine fuß ist nämlich ein bisschen länger als der andere und er muss halt genauso die an die kante gesetzt werden so und damit habe ich jetzt gerade das könnt ihr natürlich von oben aus ist es natürlich schwierig zu sehen aber ich kann euch versichern dass dieser bauarbeiter so viel höher ist als jeder andere teil in dieser baustelle das heißt ich würde jetzt ein sicher ein bauarbeiter das monatszeit bekommen ja ja und so baut man das halt die ganze zeit weiter genau das war es schon das ist ein sehr sehr großartiges kurzweiliges geschicklicher die regeln sind nicht schwer aber dann manche aufgaben haben es dann doch schon in sich wenn ihr noch manchmal diese kleinen balken transportieren müssen oder tatsächlich stahlträger auf die auf die bauarbeiter ernten niemals auf dem kopf ja das wäre zu unsicher deswegen auch die helme man wir haben auch noch so ein kran den kann man theoretisch einfach von anfang an in diese baustelle rein stellen also quasi so mitten rein und dann könnten hier auf balken auch noch hier den stahlträger aufgelegt werden hier auf diese dinger dass der darf also komplett mit benutzt werden also der ist fast ich baue das fast eigentlich immer mit das ist witziger dann kann man auch schneller hoch wegen ja genau ich finde es ganz cool mit kran zu spielen also eigentlich ist es fortgeschritten aber auf der ja definitiv auf dem tisch steht dann halt normalerweise steht dann halt mittendrin so zwischen den balken beim aufbau und umschalten hier von oben sieht man es nicht genau hier würde dann halt der kran mittendrin stehen so dass du dann eventuell wenn du einen stahlträger hast und den jetzt hoch bauen müsstest könntest du versuchen den hier schon mit einzubauen so zum beispiel wunderschön genau wunderschön da sieht man es leider nicht wir brauchen noch so ein zoom so rein raus zu oder so aber ihr müsst uns einfach glauben das ist wunderschön ja das war mein network ist bei uns absoluter klassiker top of the woods titel wird unglaublich gerne und viel gespielt und es ist echt ein anderes bauspiel weil man sieht dass gebaut wird weil man hat ja eine baustelle für zwei bis fünf spieler ist es ausgelegt meistens gucken noch mehr leute zu und ja es ist ich finde auch die farbliche gestaltung sehr schön also diese lila und orangenen bauträger stahlträger die haben schon was ja das ist echt gut gemacht und die männchen sind auch schon fast schon eine eigene meeple regende die werden immer ganz gerne mal benutzt wenn wir irgendwas bauen mit meeple dann sind sie fast immer dabei mega schön mit diesen helmchen ja das war meine uhr oder kran viel spaß